Aber war das Schaf? Nein. Moment. So, jetzt bin ich da. Und wir müssen in diese Richtung. Ah mein Schaf, mein Schaf. Weg mit dich, weg mit dich, Kaktus. Nee, komm mit. Nein, nicht reinfallen. Falsch gegangen. Du bist gegangen am Styled. Guck mal, ein paar Dumbledore. Ich weiß, das ist falsch. Ja. Aber der muss auch mal sein Fett wegkriegen. Danke. Mein Schaf isst so gerne Kaktus. Das ist extrem pieksig. Sie legt sich so gerne in die Reihen. Spannende Unterhaltung auch wieder bei unserem Let's Play Together Minecraft. Ich guck, ich guck, ich guck. Au. Verdammt. Holt doch. Verdammt. Mach damit. Ha ha. Au. Verdammt. Gehen wir einfach. Mach damit. Holt. 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 Da ist unser Haus. Mitkommen. Mit uns mitkommen. Das sieht ja auch schon so gelangweilter aus. Vielleicht reagiert das auf meinen Weizen. Ah, jetzt hast du es. Wir nehmen einfach das Schaf und schieben es dahin. Wir nehmen einfach die Stadt und schieben sie zur Seite. Großartig, Patrick. Und im Endeffekt war es die Lösung. Nö, sie haben ja irgendwie schon mal runtergefallen ist. Ja ok, das stimmt. Andere Richtung. Das guckt mich an? Ne. Geh mal weg mit deinem verderblichen Einfluss. Nein, hier, komm. Wechsel mal das Item und dann wechselst du zurück. Habe ich eigentlich schon. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja, einfach, du siehst das Haus ja eigentlich schon, oder? Ja. Okay, dann einfach da in die Richtung weiter. Ich werde mich um den... Oh. Genau. Ich schaffe es jetzt noch mich zu verirren. Enderman. Dennis. 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 Soll ich Dennis? Ne. Traurig. Dennis das Schaf. Was ist denn eine dickige? Wir haben das Name der Schafes ganz schön oft verändert. Änderscharf. Genau wie die ganzen Artikel, die wir durcheinander werfen. Hier hinten ist ja das Kuhgehege. Schauni, komm mit. Na, wollt ihr auch ein Stück von einem Verwandten haben? Na, na, na. This is my crib. Oh, unser erstes Gebäude hier. Ja, unser komisches Ding, was... Wo ist unser Schafgehege? Hier hinten bei mir, bei dem Kuhgehege. Du hast gesagt, hier hinten ist das Kuhgehege. Wurde ich dann wissen, dass da das Schafgehege auch ist. Da wird einfach unser Gehege, Gehege hin oder so ähnlich. Ich seh es schon. Unser Einzelscharf. Brittany, das Kämpferschaf. Ey, nicht rausgehen. Brittany, Kämpferschaf. Na, fantastisch. Wir müssen beide rein. Und dann krieg's mir weg. Und Tür zu. Ah, ja. Ja. Finally. So. Und jetzt hole ich mir eine Schere und mache sie nackig. Du Unhold. Böser Schuft. Ja. Darauf putze ich mir mal die Nase. Wieso? Bei uns nicht. In Minecraft. Sticks und Stones drin. Jetzt putze die Nase Minecraft. Sehr spannend. Habt ihr auch alle aufgepasst, Kinder? Dann sagt uns, wie oft habe ich mir die Nase geputzt. Oh Gott. Bitte nicht. So. Der Tee ist aus. Wir gehen nach Haus. Rabimel rabamel rabum. Ach, hier ist unsere Mine. Hast du unser erstes Haushaltsmine genutzt weiterhin? Ja. Okay. Ha. Ich hab kein Fell mehr. Good to know. Frisst mehr. Los. Fresst mehr. Nein, frisst. Ach, egal. Frisst das Meer in Panama? Kommt das wohl aus Kanada. Ach, schweilt alle hier Kühe. Ah Gott. Was ist das? Dieses super laute Lied. Ah, wieder was Asiatisches. Mager Quark. Ja genau. Mager Quark. Wo wollen wir die Dispenser hinpacken? Ähm, in irgendeine leere Kiste einfach. Kommt das über Arnhorn an. Okay. So, dann kochen wir noch ein bisschen von diesem Nettchen Clay, damit wir daraus Ziegelsteine machen können. Ziegelsteine? Wofür? Damit kann man sich Ziegelsteinblöcke draus machen. Au. Das tat weh. Warum tust du das? Oh, Entschuldigung, das war ich nicht. So, was packen wir denn noch weg? Ich mach mir mal ein bisschen Brot. Juhu Brot. Mottos. Ich hab keine Knochen. Oh, wir haben keine Knochen. Jetzt haben wir wieder einen. So, wieder ein bisschen was zu essen. 41 Pfeile. So, dann... Kommt der Musterpflasterstein auch bei Steine? Ja. Kommt der Musterpflasterstein. Dann mach ich gleich direkt wieder Bücher. Woraus wir dann auch gleich wieder... Ach nee, ich warte lieber noch bis wir ein Leder mehr haben. Ähm... Eieieiei... Filenbücher... Haben wir eine Erdekiste? Ich weiß nicht. So, ich mach hier... Was steht da drauf? Ach so, da steht noch gar nichts drauf. Mach ich hier eben. Ja, ja, da haben wir... Jetzt haben wir knapp anderthalb Stacks drin. Sehr schön. Pflanzliches... Haben wir schon. Redstone... Pflanzliches haben wir schon. Ja, aber ich wollte das Schild noch mal machen, dass die Redstone drinsteht. Ach so, okay. Dann kommen da alle Sachen rein, die mit Redstone aktiviert werden können. Also zum Beispiel die Spenser. Die Spendner. Und natürlich auch die genaue Spender. Der Redstone selbst natürlich auch. Wo ist die Sparakt, ja? Ähm... Ich glaube in der Mie... So unterirdisch war da was. Kann man den auch so finden? Ja. Wolle... Wolle kaufen? Ja. Dann... Baumstämme... Das eine Holz kann da auch rein. Das eine Holz... Okay, lass... Witzig. Hatten wir jetzt eine Essenskiste oder nicht? Keine Ahnung. Ich mache ja einfach die über dem pflanzlichen wird unsere Essenskiste. Meinetwegen. Ja. Wir haben eine Erntekiste, die ist direkt beim Feld. Ja. So, das kocht da noch vor sich hin. Sand. Sand? Thumb. Genau. Thumb. Thumb. To the hood girls. Ja genau. Was heißt das? Das hieß glaube ich... Irgendwie... Ungefähr heißt das glaube ich... Daumen hoch, abonnieren, favorisieren und teilen oder sowas. Genau. So, 14 Kürbisse. Hm, was machen wir denn jetzt? Soll ich noch in die Mine gehen und ein paar Rohstoffe sammeln? Gerne. Ja. Das klingt nachher ganz okay eine Idee. Ganz okay. Oh, vielleicht sollten wir erst mal ins Bett. Ich komme also. Warte Schatz, ich komme ins Bett. Ja, ich warte auf dich. Sehnsüchtig. Kürbisse. Mit Öl geschrieben, ne? Kürbisse. Ja, mit zwei Öl. Also ungefähr... Kürbisse. Genau, Kürbisse. Nett. Oh Gott. Chicken. Kentucky Fight. Kentucky Fight. Kentucky Chai Ficken. Du klingst danach als würdest du eine Pause. Ne, ich will nicht aufhören. Ja, dann machen wir halt für heute Schluss. Wir machen noch vier Minuten und dann haben wir fünf. Ja, okay. Gut, dann gehe ich nochmal in die Mine und dann höre ich da auf. Ja. Das ist eigentlich die Mine. Ja. Das reicht ja dann für eine Woche wieder. Dann müssen wir uns nächste Woche halt nochmal treffen und nochmal aufnehmen. Ja. Ach ja. Ich steige aufs Dach, einfach weil es hübsch ist. Okay. Und sieh mir mein Feld an und den Dschungel. Du siehst dir dein Königreich an. Und da kommt im Hintergrund das Circle of Life aus König der Löwen. Genau, ich halte das Baby hoch, das hier eine Axt symbolisiert. Das ist hier eine Axt symbolisiert. Oh, hier war ja eine Höhle. Ein Schwert, das kann ich mit rechts noch vor mich halten. Ja. Ach. Ach ja. Vielleicht finden wir noch Diamanten in den letzten paar Minuten. Ich lobe das ja nicht, aber weißt du. Nimm mal schon mal Red Star. Ich geh auch wieder rein. Nicht, dass da irgendeine Enderfrau kommt. Eine Enderfrau. Eine Frau Ender. Ein Viel Ender. Ja. Das war doch heute eine ziemlich erfolgreiche Aufnahmesession. Na ja. Wir haben ziemlich viel geschafft. Ja. Wir haben endlich diese Kack scharfe. Ordentlich Nase geputzt. Ja ordentlich Nase geputzt. Das ist halt gut. Ach ja. Viel Tee getrunken. Ist auch gut. Ja. Ja. Liebe Kinder, keine Drogen und trinkt viel Tee. Genau. Das ist unser pädagogischer Beitrag für heute. Genau. Klopf. 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 Spannende Unterhaltung mit Minecraft. Ich bin aber noch nicht ganz da. Oh. Kann auch wie die Fackel hier reinkommt. Aber naja. Ja. Eisen. Ja. Oh, Diamanten. Das ist die Spitzeiger schon wieder gelohnt zu machen. Die Spritzhacke. Für mich ist das immer so, wenn man drei Eisen gefunden hat, dann hat sich die Spitzhacke gelohnt. Ja, weil es dann 1 zu 0 ist, ne? Ja. Sehr schön drei Diamanten. Ich habe quasi mit der Eisenspitze keine Diamantsspitzhacke gefunden. Ja. Auch wenn wir damit wahrscheinlich keine Diamantsspitzhacke machen werden. Außer du willst noch gerne eine haben. Nö. Du bist der Bergbauer. Na gut. Noch eine Minute. B-b-b-b-b-b. Passt gar nichts mehr? Gar nichts mehr? Minecraftiges? Ne, Minecraftiges habe ich gar nichts mehr. Kam jetzt auch Donnerstag und Freitag nichts mehr. Na gut, ich gehe schon mal raus, ne? Ja. Tschüss. Ich bin auch da. Ich versuche noch eben schnell nach Hause zu. Ja, ich gucke dir mal kurz zu. Das ist voll spannende Action. Oh mein Gott. Ich muss die ganze Zeit leer halten. Hast du einen Weh gedruckt halten? Die sind ganz schön fit, die kommen nicht aus der Puste. Ja. Gott, stell dir vor, das wäre wie in irgendwelchen anderen Spielen, wo man dann immer eine Ausdauermeter hat. Stell dir vor, die hätten unsere eigene Ausdauer. Ja. Dann können wir keine zwei Meter rennen. Ja. Sozusagen. Wir müssten selbst rennen, sowas. Mit Laufband oder einer Lauffläche. Das wäre schlimm. Na gut, ich bin dann hier in so einem schönen Haus. Guck mir den Sonnenaufgang an. Du musst noch warten. Noch 20 Sekunden. Seht euch das an. Ist das nicht schön? Dann kann ich euch ja noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Und zwar, dass ich keine Anekdote bereite. Und wieder runter. Schnell. 10 Sekunden. Hahaha. Hahaha. Oh Gott, oh Gott. Wir händen uns genau dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.